Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ich hätte fast gesagt unserem Kanal. Ja, 3.21 Uhr in der Früh. Ich habe mich teleportiert, ich glaube nach Erfurt. Und auch hier haben wir eine Fracht gefunden zur Messe Hannover und zwar diesmal kein alkoholfreies Bier, sondern Getränke. Wahrscheinlich dann Cola und so ein Kram. Und hier sieht man auch, dass hier tatsächlich einige Ecken verändert wurden offensichtlich. Hier ist wohl die Ampelkreuzung dazugekommen oder wurde verändert. Da ist unsere Garage. Ja, und hier holen wir unsere Fracht ab und ich hoffe, dass das über 200 Kilometer sind. Und auch einiges wieder hier in Grau in Erfurt. Ey, ganz ehrlich. Unglaublich. Warte mal. Ach, wir kommen da irgendwie runter. Im Simulator ist es ja nicht ganz so wichtig, ne? Es sei denn, das Spiel würde jetzt sagen, pass auf, du bist nicht passgenau runtergefahren. Du hast den Königszapfen vermurkst. So, 241 Kilometer. Das reicht also. Ähm. Machen wir eben Folgendes. Die paar Meter mehr oder weniger machen wir uns auf. Und draußen kommt Dieselgeruch hoch. Das riecht so, hier dann richtig so nach echtem LKW, ne? Ich war hier vorne mal eben links. Ich wissen will, was das ist. Ja, aber so sieht man schon, ne? Es wird ständig irgendwo neu gebaut, was dran gebaut, wie auch immer, ne? Und landwirtschaftlicher Hof, oder? Super, kann man prima drehen hier. Super. Schön. Kleiner Umweg. Ausgeschlafen sind wir wieder. Dann haben wir Erfurt auch schon wieder abgegessen. So, Ampel, machen wir mal grün. Mit Schlafmöglichkeit. Das heißt, da haben sie ein Hotel entweder neu hingebaut oder ausgetauscht. Diese Ecke ist auf jeden Fall umgestaltet worden. Mal ganz kurz gucken, dass wir eben einmal kurz genau kurz die Nase drauf halten. Mit dem langen Zug bloß nicht drauf fahren. Und dann können wir jetzt Richtung Hannover starten. Siehste Woll. Gucken wir mal, was wir abgedeckt haben. 81,46. Das ist so schleichend hier, ey. Naja. Auch heute wieder, ne? Tour fahren wir natürlich zu Ende. Das müsste dann Tour 4 oder 5 schon sein. Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt mehrere hintereinander aufgezeichnet. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Und zwar so Geschichten wie, wir sind jetzt Getränke gefahren, wir sind einmal Stapler gefahren. Zum Beispiel Fahrzeuge. Die internationale Automobilausstellung lebt natürlich davon, dass dort Fahrzeuge ausgestellt werden. Sei es nun, ich sag jetzt einfach mal LKW, sei es PKW. Und die müssen da natürlich auch hin. Und die fehlen mir hier noch so ein bisschen. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen, ne? Da siehst du, wie ihr siehst. Und da kannst du nichts dran machen, ne? Weiß da. So. Rollen wir mal wieder mit 90 Stundenkilometern. Leicht abschüssige Strecke. Diesmal sollten wir mit dem Schlafen kein Problem haben. Licht haben wir an. Okay, also an und aus gibt es. Oh, das ist doch nur Fernlicht. Wo ist denn das eigentliche Licht? Verdammt. Hm. 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 Ich muss mal einmal ganz kurz hier anhalten. Muss man eben echt was nachgucken. Wo ist denn... Wo ist denn der Knopf fürs Licht geblieben? Vorwärts, rückwärts. Das ist soweit hier auch weiter. Soweit, okay. So. Lichtmodi. Das ist raus. Hast du das hier fressen? Pass auf. Fernlichtscheinwerfer. Der hier. Und das andere? Joybutton 7. Lichtmodi. So. Aha. Jetzt hat er einen Dreier. Also. Genau. Und das ist nämlich fernlich. Keine Ahnung, was hier schief gelaufen ist. So. So. Sog. Sieht doch alles schnieke aus, wa? Ich denke mal, heute wird die Überziehung auch nicht ganz so lang, weil 100, ah gut, okay. 165 Kilometer haben wir jetzt noch, aber das geht relativ flott. Neun Minuten sind wir jetzt gefahren in dieser Folge. Kann ja nicht jede Folge so maßlos überzogen werden. Ich glaube, unsere letzte Fahrt, die wir machen, die machen wir wirklich von Werlta aus. Vielleicht kam noch irgendwas von Polen rüber oder so. Genau. So, ja, die nächsten Folgen mache ich dann, wenn ich wieder mehr zu erzählen weiß. Im Moment fällt mir gerade nichts ein. So, 116 Kilometer, fahren mal links rüber. Wobei wir da raus müssen. Es macht keinen Sinn mehr, die zu überholen, weil wir es eh nicht mehr schaffen werden. Leichte Ruckler hier im System, stelle ich gerade fest. Keine Ahnung. Die ganze Zeit war es gut, jetzt geht es wieder rund. Ein bisschen das Gefühl, der Computer macht irgendwas im Hintergrund. Da vorne lauert ein Hubschrauber. Ach ja, schöner Sonnenaufgang montags morgens um 5.44 Uhr. Da ist die Welt auch noch in Ordnung, oder? Ich glaube, wenn ich gesundheitlich nicht eingeschränkt wäre, würde ich auch gerne LKW fahren im realen Leben. Und klar, die haben auch, ja, logisch, die haben Stress und so weiter, aber alles in allem. So Asphalt-Cowboys. Schon in Hannover? Ist das schon die Abfahrt? Hannover Messe, aber glatt. Aber glatt. Ich glaube, das ist das, was ich. So, die letzten Meter, liebe Leute. Und wir überziehen tatsächlich gar nicht mal so viel. Wir haben jetzt gerade mal 15 Minuten Aufzeichnungszeit rum. Also absolut in der Zeit. So. Wofür steht Hannover Expo? ITS? Auf die Straße gucken, nicht aufs Navi. Ich hätte fast noch ein Unglück gegeben. Junge, Junge machen die einen Lärm. Stand der Lambo eigentlich schon immer da? Überleg gerade, oder wird das wirklich so, dass hier von Auftrag zu Auftrag mehr Fahrzeuge stehen? Ich höre immer Polizei irgendwie im Hintergrund. Und ich weiß nicht warum. So, damit haben wir die nächste Frage nach Hannover abgeschlossen mit nur einer ganz geringfügigen Überziehung der Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich über ein Däumchen nach oben. Ich freue mich über Abos, über Likes, über Kommentare. Wenn ihr den Kanal unterstützen mögt oder mich unterstützen mögt, könnt ihr das gerne tun. Links dazu auch in der Videobeschreibung. Und ich sage erstmal, macht's gut, bis morgen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.